Corona, die Umwertung aller Werte Da wir bereits erkannt haben, dass wir in Zeiten der Dekadenz leben und dies auch in mehreren Beiträgen besprachen, stellt sich nun die Frage, woran merkt man das im Zusammenhang mit Corona? Hierbei soll es um das gesamtgesellschaftliche Phänomen, also den Fortschritt der Dekadenz im Einzelnen und in der Dynamik der Menschen miteinander gehen. Dabei braucht sich aber natürlich niemand angesprochen fühlen. Wer es dennoch tut, der ist dann aber auch gemeint. Was wir in den letzten Wochen und Monaten erleben, ist nichts anderes als die von Friedrich Nietzsche beschriebene Umwertung aller Werte. Eine solche findet in den verschiedensten Phasen einer Gesellschaft statt, nicht nur in der fortgeschrittenen Dekadenz. Doch der Vorgang während eben jener ist derjenige, der uns hier interessieren soll. Zur Erinnerung, Dekadenz ist in erster Linie das Entwerten aller Werte, also der Moral, des Glaubens und so weiter, an deren Ende der Nihilismus steht, die Position, welche jeglichen objektiven Wert verneint. Verknüpfungen zu den entsprechenden Beiträgen finden Sie in der Videobeschreibung. Eine Umwertung aller Werte ist nichts Neues, auch nicht in der BRD. Die Dekadenz ist immerhin auch schon älter als dieselbe, weshalb dies nicht verwundern sollte. Im Rahmen der Dekadenz beschreibt die Umwertung aller Werte vor allem die Pervertierung, also die Verdrehung dessen, was gut, richtig und wahr genannt werden kann. Wir haben dies in der Vergangenheit bereits vielfach erlebt und durchlaufen, etwa als Männlichkeit und Weiblichkeit verdreht, neu interpretiert und ideologisch verzehrt wurden, als der Liebe als reinem und zum Wohle des anderen gerichteten Begriff, die sexuelle Liebe zum Minderjährigen entgegengestellt wurde, als die Worte Deutsch, Heimat, Vaterland und alles, was damit zu tun hat, schambehaftet, beinahe schon schmutzig wurden und so weiter. Doch nun, während der Corona-Zeit, erleben wir eine neue Stufe dieses Prozesses, welche eine Dimension erreicht, die man nur noch als Abgrund der Zivilisation beschreiben kann. Eines der Unwörter des Jahres ist Corona-Diktatur. Über Sinn und Unsinn dieser Kür wollen wir uns an dieser Stelle nicht auslassen, wohl aber über Folgendes. Das ist die harmlose Seite der Corona-Maßnahmen. Manch einer mag da widersprechen wollen, immerhin gehen nun viele Geschäfte in die Insolvenz, viele Menschen in die Arbeitslosigkeit und was man nicht alles anführen kann. Und ja, das ist durchaus alles bemerkenswert und erzeugt eine unglaubliche Menge an Leid. Aber Gesetze kann man kippen, eine Wirtschaft wieder aufbauen. Ja, für diejenigen, die jetzt darunter leiden, denen jetzt die Lebensgrundlage und das Lebenswerk genommen wird, ist dies alles andere als eine freudige Botschaft. Das soll es auch gar nicht sein. Betrachten wir jedoch den gesamtgesellschaftlichen und historischen Kontext, also langfristig das große Ganze, dann ist dies eine logische Konsequenz und ein Katalysator, aber im Gesamtprozess nicht dasjenige, was die Dekadenz als solche einen großen Schritt vorangebracht hat. Das wahrhaft Grausame, das wirklich nachhaltig Wirksame und Unumkehrbare ist die Umwertung selbst derjenigen Werte, die bisher nicht oder nur in Ansätzen antastbar waren. Man dringt zum Kern dessen vor, was unsere einstige Kultur ausmachte und höhlt nun auch diejenigen Werte aus und pervertiert sie, die außerhalb der bisherigen politischen, ideologischen Agenda lagen, die bisher noch ihren Nutzen hatten. Wovon ist hier die Rede? Nun, Männlichkeit und Weiblichkeit etwas sind Begriffe, deren Bedeutung uns aus ideologischen Gründen verzehrt wurde. Man hat das Männliche im Rahmen des Feminismus umgedeutet. Man hat dem Mann zum einen seine Rolle in der Familie, seine Bedeutung für diese genommen, seine Eigenschaften für barbarisch, antiquiert und nicht wünschenswert erklärt, und will den Knaben, dem Mädchen in der Schule und bereits im Kindergarten angleichen. Und zum anderen hat man die Frau zum Manne machen wollen, ihr die Rolle des Mannes schmackhaft gemacht, ihre Eigenschaften als Frau verdammt, diese zur Unterwerfung und Perversion erklärt und damit völlig das Bild der Frau verzehrt, wie sie dereinst in unserer Kultur geachtet war. Man hat die Idee der Weiblichkeit zerstört und an ihrer Stelle eine neue Idee davon gesetzt, was weiblich sein sollte. Und dann dasselbe mit der Männlichkeit getan. Das soll, der wertvolle Mann, die wertvolle Frau. Das wurde umgedeutet und verzehrt. Jetzt während der Corona-Maßnahmen beobachten wir jedoch einen Prozess, der nicht durch eine Ideologie an sich, sondern durch die gesellschaftliche Dynamik insgesamt vorangetrieben wird. Wir haben keine schlauen Denker einer sogenannten kritischen Theorie oder ähnliches, welche Artikel über toxische Männlichkeit oder eine sogenannte Befreiung der Frau aus dem bösen Patriarchat beschreiben. Nein, wir beobachten eine tiefe Spannung der Gesellschaft aus ihr Selbst heraus, eine Zerreißprobe sondergleichen. Und diese geht beinahe kampflos vonstatten, was eben genau diese Besonderheit darstellt, den Unterschied zum ideologischen Vorgehen. Gegen eine Feminist-Sternchen-In kann ich Artikel schreiben, in denen ich ihre Thesen widerlege. Bei gesellschaftlichen Vorgängen besteht die Schwierigkeit darin, dass man sie zunächst erkennen und begreifbar machen muss. Sie sich also nicht bereits in eigenen Texten offenbaren, deren Fehler man lediglich finden braucht. Und dann muss man zeigen, dass diese Vorgänge tatsächlich vonstatten gehen, was aber auch nicht die größte Hürde ist. Diese besteht darin, die Relevanz einer langfristigen Entwicklung zu verdeutlichen, wie weit über die eigene Arbeitslosigkeit und sogar das Leben der eigenen Enkelkinder hinausreicht. Welche Werte werden nun also im Rahmen der Corona-Maßnahmen durch die Gesellschaft zerlegt? Während es etwa bei der Männlichkeit und der Weiblichkeit darum ging, das Wünschenswerte zu zerstören und zu verkehren, sehen wir jetzt, wie das Gute und das Wahre pervertiert wird. Tugend, das war bis vor kurzem der Fleiß, die eigenverantwortliche Initiative, die Hilfsbereitschaft, die Zurückhaltung und die Zielstrebigkeit. Was davon hat jetzt seinen Wert? Wer kann seinen gemeinnützigen Verein weiterführen, sich für sozial benachteiligte Kinder in der Gemeinde engagieren, durch enormen Zeit- und Kraftaufwand sein Unternehmen ausbauen oder auch nur sich einer älteren Person nähern, um ihr beim Einstieg in den Zug zu helfen oder ihr Gepäck für sie zu tragen? Ja, das gibt es alles noch. Aber insgesamt beobachten wir, dass nun die neue Tugend der neuen Normalität das genaue Gegenteil dessen ist, was zuvor hochgehalten wurde. Es ist nun nicht mehr der Unternehmer oder der fleißige Arbeiter, der seinen Betrieb voranbringt oder durch seine Leistungen die Sprossen der Karriereleiter heraufklettert, der sich selbst als der Gute bezeichnen kann. Nein, derjenige, der den ganzen Tag zu Hause bleibt, der andere dafür verurteilt, dass sie arbeiten wollen, indem sie etwa ihre vor der Insolvenz stehenden Geschäfte trotz der Verordnung öffnen wollen. Der ist nun der wahrhaft Gute. Durch Nichtstun, durch Fernbleiben des positiven Wirkens in der Gesellschaft. Dadurch wird man gut. Dadurch darf man sich gut fühlen. Dadurch besiegen wir den Feind, das Virus, das uns alle plagt. Wer etwas tun will, wer sein Zimmer verlässt, wer den Kindersport am Nachmittag wieder aufnehmen, wieder Stabilisierungsangebote für Menschen mit Suchterkrankungen unterbreiten oder auch nur seine eigene, pflegebedürftige Verwandtschaft nicht in Einsamkeit zugrunde gehen lassen will, der ist nun im wahrsten Sinne des Wortes böse. Er ist nicht nur schlecht, nicht nur ein Makel, nicht nur schwach, nein, er ist zu verdammen. Jegliche Zurückhaltung wird bei der Verurteilung dieser Schädlinge fallen gelassen. Sie werden als Gefährder, Seuchenverbreiter und Schlimmeres betitelt. Ihnen wird mit der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage gedroht. Und warum? Weil sie nicht die Neuen, die umgekehrten Werte hochhalten, die sich mit brachialer Gewalt Bahn brechen, weil sie nicht verstehen, dass Fleiß und Arbeit nicht dagegen ankommen, zu Hause das Virus zu bekämpfen. Bescheidenheit und Verzicht werden pervertiert, ihre Bedeutung völlig umgekehrt. Sie beschreiben nicht mehr die Eigenschaften eines durchaus fleißigen Menschen, der mit seiner Leistung nicht prallt, der nicht verschwendet, der schafft und nicht vernichtet, sondern diejenigen des faulen und feigen Menschen, der mit dem kargen Bisschen, das ihm in seinem selbstgewählten Gefängnis bleibt, zufrieden ist, in einem Gefängnis, dessen Schlüssel er selbst besitzt, aber auf dessen Benutzung er zum Wohle aller verzichtet, der sich selbst aufopfert, indem er sein ärmliches Dasein in Einsamkeit fristet. Für uns alle. Sie erheben den mit Hartz IV in seiner ständigen Arbeitslosigkeit Glücklichen über den Fleißigen, den Unternehmer, den Macher und denjenigen, der aus seiner Erwerbslosigkeit ausbrechen will. Jene haben in Corona-Zeiten keinen Platz in der Reihe der Tugendhaften. Dazu verliert das Wahre an Bedeutung. Wahr ist nicht mehr, was man beweisen kann. Wahr ist nicht mehr, was ich selbst sehen kann. Wahr ist nur noch, was wahr sein muss, damit das, was geschieht, nicht umsonst geschieht. Wahr ist, was die Tugend tugendhaft sein lässt. Falsch muss also alles sein, was sich gegen diese stellt. Jeder Beweis, jeder Zweifel an der Wirkung des Virus, an der Verbreitung, an der Wirksamkeit der Maßnahmen ist bereits falsch. Es muss ja seinen Zweck haben. Es kann doch nicht anders sein. Sonst wäre der Gute, der nun bald ein Jahr auf alles verzichtet, sich selbst zurücknimmt, sich für die Gemeinschaft opfert, eine Ertäuschung erlegen und das kann, das darf nicht sein. Das ist die neue Qualität. Dass der Faktenkrieg seinen Nutzen zum guten Teil erschöpft hat, darüber sprachen wir bereits vielfach. Doch hier hilft nicht einmal mehr die Methodenkritik. Der Graben, den diese Zeit durch die Gesellschaft zog, ist zu tief, um ihn jemals wieder aufzuschütten und zu bereit, um eine Brücke darüber zu bauen. Der Geist wird nun endlich vollends zum Kamele und wir schließen die erste Verwandlung, die wir im Beitrag Gott mit uns besprachen, ab. Die Dekadenz nimmt ihren Lauf, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Doch das ist nicht das Ende. Der Kampf gegen die Dekadenz verschiebt sich. Es geht nicht mehr darum, die Vorgänge zu beschreiben und auf Grundlage der alten Werte, die zum Feind, zum Bösen erkoren wurden, gegen die neue Normalität, die Perversion anzukämpfen. Es geht vielmehr darum, nun endlich den Schritt zu wagen und die Verwandlung zum Löwen zu durchlaufen. Du sollst, so spricht der Drache, der den Geist in seinen pervertierten, ausgehöhlten Tugenden gefangen hält. Du sollst Maske tragen, du sollst zu Hause bleiben, du sollst dich meiner Idee von männlich und weiblich fügen. Du sollst dich isolieren, du sollst dich vollends unterwerfen. Doch der Geist, der zum Löwen wird, der akzeptiert nicht das, du sollst, denn er spricht, ich will. Er nimmt den Kampf auf. Der Drache muss sterben. Die Zeit des Widerstandes ist gekommen. Die Zeit, nicht mehr nur Ideen zu formulieren, sondern zur Tat zu schreiten. Goethes Faust formulierte es so, Zitat, im Anfang war die Tat, Zitat Ende. Die Tat und nicht das bloße Wort. Es ist Zeit zu handeln. Der erste und wichtigste Akt des Widerstandes ist es, gegen die Perversionen aufzubegehren, sich nicht der neuen Normalität zu unterwerfen, nicht die verdrehten Tugenden anzunehmen. Wie Mackensen es so schön ausdrückte, Zitat, mögt ihr den preußischen Staat zerschlagen, Preußen wird hoch aus den Trümmern ragen, Zitat Ende, denn, Zitat, Preußen ist Haltung und niemals Masse, Zitat Ende. Jeder von uns ist gefordert, Trotz allem weiterzumachen. Widerstand, soweit es dem Einzelnen möglich ist, bedeutet nicht, Gewalt anzuwenden oder Straftaten zu begehen. Widerstand beginnt im eigenen Geist, im Aufbegehren gegen die Dekadenz, im Verneinen des Nihilismus, also dem Verneinen der Verneinung selbst. Der Geist des Widerstandes gegen die Dekadenz sagt, Ich will nicht faul und feige sein. Ich will nicht Blockwart für die Maßnahmen spielen. Ich will nicht in einem Käfig hocken. Die Möglichkeiten zur Tat sind hier vielfältig. Sie müssen nur genutzt werden. Ein jeder kann rausgehen. Ein jeder kann über die Maßnahmen und die neuen Guten in Wort, Schrift und Bild spotten. Ein jeder kann für sich selbst aufbegehren und sich jeden Tag aufs Neue sagen, was mich nicht tötet, das macht mich stärker. Werter Zuschauer, der Geist des Widerstandes lebt. Die Frage ist nur, wollen wir, wollen Sie ihn in sich tragen? Diese neue Situation, die neue Qualität, die sich jetzt in unserer Gesellschaft einstellt, ist eine, welche uns nur noch weiter in den Abgrund der Dekadenz führt, welche den Untergang unserer Zivilisation weiter vorantreibt. Wenn es uns gelingen soll, eine neue Kultur mit Leben zu füllen, uns nicht nur darüber zu unterhalten, was alles falsch läuft, uns nicht nur zu beschweren, da müssen wir jetzt beginnen, ins Handeln zu kommen. Der Drache muss sterben. Oder um es mit den Worten aus Waldschbenglers zu sagen, Zitat, Die Geschichte kennt kein Volk, dessen Weg tragischer gestaltet wäre. Nur der Staat Friedrichs des Großen und Bismarcks durfte es wagen, an Widerstand überhaupt zu denken. Zitat Ende. Und im Übrigen halte ich das andauernde Versagen von Politik und Medien auf ganzer Linie für offensichtlich. Tch��, Tch Die Geschichte Untertitelung des ZDF, 2020